Die Pulsfeld-Applationsmethode ist eine ganz neue Technologie, die uns ermöglicht, Herzmuskelwebe sehr, sehr gezielt und schonend zu behandeln. Die gängigen Methode, die Radiofrequenz-Applation und die Kälteballon-Applation veröden Gewebe mittels Hitzeenergie und Kälteenergie. Die Pulsfeld-Applationsmethode verwendet keine Hitze- oder Kälteenergie, sondern es kommt zu einer Herzmuskelzellverödung durch gepulste Felder, durch gepulste elektrische Felder, die ganz gezielt ausschließlich Herzmuskelgewebe veröden und nicht das umliegende Gewebe, wie zum Beispiel Nervengewebe, Muskelgewebe, glatte Gefäßmuskelzellen und auch Lungengewebe veröden. So können wir ganz gezielt ausschließlich Herzmuskelgewebe veröden und damit zum Beispiel Vorhofflimmern und andere Herzrhythmusstörungen abladieren und therapieren. Untertitelung des ZDF, 2020